Hallo meine Freunde, heute beschäftigen wir uns mal kurz mit dem Thema, welche CPU ihr jetzt kaufen solltet, wenn ihr genau in diesem Moment eine braucht und nicht warten wollt oder könnt. Und zwar geht es heute um zwei bestimmte Prozessoren, nämlich um die Spitzenmodelle der Mainstream-Reihe, jeweils von Intel und AMD. Es geht um die uns bekannten i9-9900K und Ryzen 7 2700X-Modelle. Zum Zeitpunkt des Videos kostet der 9900K rund 520 Euro, der 2700X um die 320. Also in dem Fall liegen 200 Euro dazwischen. Es stellt sich somit die Frage, wie viel mehr Leistung erhalten wir denn vom i9, wenn wir bereit sind, um ein ganzes Stück mehr zu zahlen? Reicht denn nicht vielleicht auch schon der Ryzen 7 2700X? Mit diesen Fragen setzen wir uns im heutigen Video mehr oder weniger auseinander. Und ich bin mir sicher, mit so einem Video zettel ich wieder Fanboy-Kriege an und gieße Feuer in Wunden beider Lager, also Intel und AMD. Aber ich will hier einfach nur die Fakten auf den Tisch legen, so gut es mir halt möglich ist und sofern ich nicht was übersehe. Grundsätzlich würde ich ja davon abraten, jetzt eine neue High-End Mainstream-CPU zu kaufen, da angeblich schon in wenigen Monaten die neue AMD Ryzen 3000er Serie vor der Tür steht. Und was uns da preis-leistungstechnisch erwartet, ist noch ungewiss. Man weiß ja nicht, ob man den Gerüchten, die im Umlauf sind, letzten Endes Vertrauen schenken kann oder nicht. Natürlich kann sich in der Zwischenzeit noch etwas Handfesteres ergeben. Oder es hat sich schon was ergeben, je nachdem, wann das Video hier online geht. Somit will ich gleich sagen, dass mein Video hier eher sehr kurzlebig und in wenigen Monaten nicht mehr relevant sein wird. Aber gut, wir leben in der Gegenwart und manche wollen oder müssen sich nun mal jetzt für einen Prozessor entscheiden. Wenn wir mal gleich eine kurze Gegenüberstellung mit den Specs machen, vergleichen wir hier zumindest rein aus technischer Sicht mal Gleiches mit Gleichem. Beide Modelle sind mit jeweils 8 Kernen und 16 Threads ausgestattet. Sollten dementsprechend im Bereich Multithreading so einiges auf dem Kasten haben. Der Basistakt scheint auf Papier nahezu identisch zu sein, doch man sollte sich da nicht täuschen lassen. Intels Basistakt fällt in den meisten Fällen deutlich, deutlich höher aus als 3,6 GHz. Er reicht allerdings den 5 GHz Turbo nicht auf allen Kernen, wie viele immer wieder gerne verwechseln. Dasselbe gilt natürlich genauso für AMD. Die 4,3 GHz laufen auch nicht auf allen Kernen. Die TDP-Angaben brauchen wir gar nicht erst zu vergleichen. Der Praxistest ist Beweis genug dafür. Werdet ihr gleich sehen. Die Menge an Cache fällt sehr ähnlich aus und der Speichercontroller scheint auf dem Ryzen besser zu sein. Doch nicht so voreilig. In Wirklichkeit lässt sich der Intel-Chip mit deutlich höher taktenden RAM-Kits betreiben, als es bei AMD der Fall ist. Ihr seid aber höchstwahrscheinlich nicht hier, um die Specs genauestens zu analysieren, sondern um echte Praxistests zu sehen. Also hier bitteschön die Tests. Wirklichkeit lässt sich die Tests. Wirklichkeit lässt sich die Tests. Wirklichkeit lässt sich die Tests. So, man kann jetzt gegen Intel sagen, was man will. Momentan haben sie mit dem i9-9900K leistungstechnisch zumindest wieder die Nase vorn. In so gut wie allen Tests geht der 9900K als Gewinner hervor, sei es Gaming oder Produktivität, also Zeug wie Randon und so weiter. Preis, Temperaturen, Stromverbrauch und die daraus entstehenden Zusatzkosten sind natürlich eigentlich auch mit in Betracht zu ziehen. Dennoch muss man ehrlich sagen, dass sich der AMD Ryzen 7 2700X wacker schlägt und dem 9900K das Leben doch nicht gerade leicht macht. Besonders da er schon gewaltige Pluspunkte in so manchen Bereichen ernten kann. Zum einen ist er schon mal rein von der Anschaffung her deutlich günstiger, ein schicker RGB-Boxkühler ist auch schon dabei, bei Intel muss man ja da was richtig krasses dazukaufen. Und wie gesagt, Temperaturen und Stromverbrauch darf man keineswegs außer Acht lassen. Außer natürlich, diese sind einem Schnuppe. Ich weiß nicht, ob ihr alles mitgekriegt habt, aber es gibt nun für den jahrealten Cinebench R15 Benchmark eine Ablösung. Nun ist der neue Cinebench R20 am Start und dieser ist nun extremer gestaltet, passender für die heutzutage CPU-Welt, in der viele Kerne vorkommen. Nun sind auch schwere AVX-Lasten integriert, was natürlich den Stromverbrauch und auch Temperaturen in die Höhe jagt, besonders bei Intel-CPUs wie man sieht. Nur sieht man in den Tests wiederum auch, dass sich der Punkteabstand zwischen i9 und Ryzen 7 so nochmal etwas vergrößert, im Vergleich zu den Ergebnissen im alten Cinebench R15. Also wobei ganz objektiv betrachtet der 9900K rein aus Leistungssicht definitiv der schnellere Chip von beiden ist, nicht nur im Single-Core-Bereich, sondern beim Multi-Threading genauso, muss ehrlich gesagt werden, dass man mit dem Ryzen 7 2700X auch sehr, sehr gut aufgestellt ist. Klar ist man mit etwas weniger FPS unterwegs. Klar rendert der 2700X nicht ganz so schnell wie der 9900K, aber heißt das, der Ryzen wäre deswegen schlecht? Nee, ganz sicher nicht. Im Endeffekt ist es eine reine Kostenfrage. Und dieser Punkt bezieht sich nun nicht allein auf den Anschaffungspreis. Ich will nochmal klar machen, dass der Ryzen 7 deutlich weniger Strom verbraucht und dementsprechend kühler läuft. Gekühlt wurden übrigens beide Prozessoren mit derselben 240mm AEU-Wasserkühlung. Und bevor jetzt einige mich anschuldigen, nein, MCE, also Multi-Core Enhancement, ist beim i9 selbstverständlich ausgeschaltet. Also ich merke selbst beim Rendern, dass ich mit dem i9 fast schon an die 90 Grad Celsius Grenze kratze. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, so gut der 9900K auch ist, er ist verdammt schwer unter Kontrolle zu bekommen, was Temperaturen angeht. Allerdings habe ich schon des Öfteren gehört, dass viel aufs Mainboard ankommt und dass sich so auch die Leistung teilweise unterscheidet. Das Geld für eine ordentliche Kühllösung muss somit definitiv mit einkalkuliert werden. Unterm Strich finde ich, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, jetzt eine der beiden CPUs zu kaufen. Es wäre eventuell klüger abzuwarten, was AMD in den kommenden Monaten raushaut. Eventuell ist in der neuen Serie aus dem Hause AMD was für euch dabei oder es fallen dadurch Intels Preise und ihr könnt zur i9 CPU greifen. Ich hoffe, ich habe euch damit jetzt nicht verwehrt. Am Ende liefern beide Prozessoren sehr gute Leistung ab und ich denke nicht, dass man jetzt mit einer der beiden groß etwas falsch machen kann. Letzten Endes entscheidet allein ihr und mein Video soll nur als kleine Hilfe dienen, mehr nicht. Ich will euch nicht sagen, kauft die CPU oder kauft die. Kauft euch die, die euch besser zusagt. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen.